In meinem zweiten Teil meines Blogs zur begeisternden Begleitung möchte ich Ihnen darstellen, was wir eigentlich bei unserem Gegenüber bewegen wollen, bei den Menschen, die wir gerade begleiten dürfen, beraten, unterstützen. Das Wesentlichste, aus meiner Sicht jetzt, ist es, dass es jemand schafft, eine neue Perspektive zu bekommen, einen neuen Blickwinkel auf seine Bedingtheiten, auf sein Leben, auf das sein enger Blick, sein Tunnel vielleicht aufgehen kann. Egal was in unserem Leben passiert, ich bin der Meinung, es gibt immer einen kleinen Aspekt, wo wir neu, aus Distanz, vielleicht manchmal sogar aus Humor, mit einem Lächeln auf unsere Situation schauen können. Viktor Frankl sagt, es gibt immer einen Freiraum, den wir aber nutzen dürfen, ja auch nutzen müssen. Denn wir sind für das Nutzen unseres Freiraums verantwortlich. Das ist auch eine Message, eine Nachricht, die wir unserem Gegenüber geben sollen. Wie kann jemand neu seinen Freiraum nutzen und auch Verantwortung für sein Leben, für das Angebot seines Lebens, für seine Möglichkeiten übernehmen. Vielen Dank.